So, da sind wir wieder. Wir stehen hier beim Troll. Wir müssen mal gucken, wie wir ihn hier nun... Mal sehen, was er hierzu sagt. Seeschnicke. Ohne Wegzeug. Ja, mal gucken. Ich hab doch so ein bisschen was. Wichtig aussieht, aber nichts zu nützen ist. Was hab ich denn? Also, mein... Nee, meine Goldstücke sind was zur Nütze. Protokoll. Pfefferminz. Fleisch. Ja, ist gut. Äh... Vielleicht dahin? Oh! Ja, läuft. Was für ein Troll. Okay. Weiter. Lichter. Lichter. Oho. Was gibt's hier denn? Cola? Grog. So. Was haben wir denn da? Ja. Untersuchen. Wir kommen in Stance. Gebrauchtschiff-Bazaar. Ich schaue die Welt jetzt für die höchste, die vorhin gebraucht worden ist. Schau mal. Ich bin gleich zurück. Also, gerade nicht da der Typ. Trockmaschine. Benutzen. Geht nicht. Was kommt denn hier? Boot? Trockmaschine. 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 Nun, da ist ein schönes Schiff. Na... ...und da? Hä? Wo läufst du denn jetzt hin? So. Ah, ein Fixerupper. Äh, was ist denn das? Gehen wir mal da hin. Oder erst mal hier. Looks like one of those well-engineered imports. Europa-Import. I'm surprised this one is still afloat. Welcome to Stan's previously owned vessels. I'm off searching the globe right now for the finest in previously owned marine transportation. Have a look around. I'll be right back. Hm, hier haben wir nichts. Dann hatten wir hier hinten jetzt noch ein Haus. Gehen wir nochmal da hin. Ein gruseliges Haus. Bodybuilding. Schwertraining. Schwertraining. 30 Pieces awaited. Cannon firing. 160 Pieces awaited. Balls extra. Grapplinghook. 130 Pieces awaited. Hook extra. Schwertraining. Oh nein. Bleib hier. Der macht Schwertraining. Das ist doch genau, was wir wollen. Ich denke, ich werde schlafen. Ja, mach das. Es wird nur kalt sein. Was wollen wir, du wimperlige, schweizlose Maggot? Was wollen wir? Würden sie mich trainieren, den Schwertmaster zu schlagen? Können wir wohl eintreten. Mir ist etwas kalt. Ich glaube, wir kommen gleich mal zur Sache. Können Sie mich trainieren, um besser als der Schwertmaster zu sein? Besser als der Schwertmaster? Du? Du kannst niemals halb der Schwertfighter sein, die Carly ist. Even with hours of hard work and sweatin' blood. I remember fighting side by side with Carly at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said... But I digress. You just don't have what it takes. Was? Doch, sind wir doch. I do so have what it takes. You do not. Doch. I do so. You do not. Doch. I like your spirit. I'll do what I can. Yeah. Hardnäckigkeit zahlt sich immer aus. What do you got? Ich hab die 30 Goldstücke. Ja, die haben wir. I got 30 pieces today. Say no more, say no more. Let's see your sword. Okay. Check it out. Yes. This is a nice one. Let's get to it. Yeah, sehr gut. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this lechuk thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Is this going to hurt? Yikes. Come at me. Don't be afraid. You won't hurt me. Watch your footwork. Advance. Thrust. Recover. Parry. Riposte. No. Beat first. Then lunge. No. Beat first. Then lunge. Use your forte against the foible. Hours later. Hm. You're starting to get the hang of it. More hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm going to let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's got to be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, okay. Imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting and I say to you. You fight like a dairy farmer. You respond with? Du kennst wie ein dummer Bauer. Was antworten wir? Ach ja, deine Mutter aber auch. Ich bin besser als du. Sie müssen mich verwechseln. Ich bin kein Bauer. Ich bin Rubber, du bist Glue. Ich kann sehen, wir haben viel Arbeit zu tun. Du solltest mit etwas wie, wie möglich, du kämpfst wie eine Kau. Konnte ich nicht. Es ist ein sehr scharfes Wut, wie das, der kämpfst. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against the wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shit. Schaschlick. You respond with? Äh, ich bin besser als du. Wie passend, du kämpfst wie eine Kau. Äh, ja. How appropriate. You fight like a cow. No, no, no. That was the response from the last insult. It doesn't even make sense when used here. Ah, ha. Ah. 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 Was? Was? Nö. Ja, so ein bisschen. Ey, so soll ich jetzt Beleidigungen lernen. Also gut, wir sollen jetzt kämpfen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Lohie mal anspreche, dann müsste das noch gehen. Jetzt aber weg. Aber da laufen ja noch einige rum hier. Insel. Geh mal hier in die Richtung. Da. Stopping a Pirate can be dangerous to your health. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Prepare to die. Mein Schwert wird dich aufspießen wie einen Schaschlik. Junge, bist du hässlich. Was für ein Schwächling? Du schimpfst dich an Piraten? Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Du kämpfst wie ein Däri-Farmer. Wie verwendet. Du kämpfst wie eine Kau. Ich werde nicht deine Insolence nehmen. Sitze! Soll es nicht. Das war ja meine Frage. Du kämpfst wie ein Däri-Farmer. Das ist das. Du kämpfst wie eine Kau. Wie ein Schaschlik. Soon, du bekommst mein Schwert wie ein Schischkebab. Erstens, du hättest es aufhören, wie ein Schaschliker. Hä? Hör auf! Du gewinnt! Scheiße! Was hat doch nicht geklappt? Geh weg! Oder ich schaue meinen Weg durch. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bevor du sterben! Bevor du sterben! Boah, bist du schade! Was ist das? Geh weg von der Schädenbewegung. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Das war eine Kuh. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Das war der hier. Das ist nicht notwendig. Du kämpfst wie eine Wälder. Ich werde nicht deine Insolence nehmen. Oya, Rubber! Du bist Glüh. So? Du nimmst dich selbst ein Piraten? Was für ein Amateurinsult. Häh? Jijks, ein schöner Gehen. Geh aus dem Weg, oder ich klicke meinen Weg durch. Ich habe zuerst ein Tier, das besser als du war. Oh, ja? Du kämpfst wie ein Däri-Farmer. Wie möglich. Du kämpfst wie eine Kau. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Ich schaue. Ich schaue. Ich habe gehört, du warst ein Unerfahrenen. Noch mal? Ich schaue. Ich schaue. Ich habe dich schon wieder verloren. Ich schaue. Ich schaue. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Bereit, um zu sterben. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Du bist kein echter Gegner für meine Gehrein, du leckerer Mensch. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Unerfahrener Dummkopf. Ich schaue. Du warst ein schade. Too bad, dass niemand von dir überhaupt gehört hat. Soon, du wirst mein Schwert wie ein Shish-Kabab. Das war... der hier. Erstens, du hättest besser zu warten, wie ein Featherduster. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Er muss dich beschädigen. Alles, was du weißt. Das ist der Ende für dich. Du hast sie. Du hast sie. Sie haben sie. Das passt ja alles nicht. Ich bin besser als du. Ich bin Rubber, du bist Glüh. Schau nach dir! Ein dreimaler Monke!